Nächste Saison haben wir immer ein bisschen Angst. Wir hoffen, dass ihr seht, dass nicht plötzlich zwei Typen anfangen, aus der Bibel zu zitieren. Naja, es kann passieren. Dass irgendwelche Ecken anfangen zu wachsen. Irgendeine Tante in geilen Tränen irgendwie herumläuft und anfängt mit dem Sebel umschirmen. Und unsere Gitarrenkoffer, die sind auch schöne Wien hier im Haus. Schau mal, was passiert. Beliebchten Ber gone. Ja Ja Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.